Am Weg zum Skikurs nehmen die Schülerinnen und Schüler das Skigebiet, wo sie nun mehrere Tage verbringen werden, genauer unter die Lupe. Wow, hier gibt es aber viele schwarze Pisten. Diese schwarzen Pisten besitzen also einen besonders steilen Pistenabschnitt. Man spricht von einem Gefälle von mehr als 40 Prozent. Aber wie steil ist das wirklich? Das wollen wir kurz anhand einer Skizze veranschaulichen. Sehen wir uns zuerst den Graphen einer beliebigen linearen Funktion f an und zeichnen das Steigungstreik ein. Die Steigung k ist definiert als der Quotient von Höhe 3 und Weite 2, also dem Verhältnis von vertikalem Abstand zu horizontalem Abstand, also in diesem Fall 3 halbe oder als Dezimalzahl ausgedrückt 1,5. Kommen wir zurück zur schwarzen Piste. 40 Prozent als Bruch ausgedrückt ist 40 Hundertstel. Das dazugehörige Steigungstreik sieht dann so aus. Im Gelände bedeutet das, dass bei einer horizontalen Entfernung von 100 Metern ein Höhenunterschied von 40 Metern zustande kommt. Nun ist es aber so, dass eine Skibiste in der Regel nicht linear gerade verläuft, sondern vom Höhenprofil her eher so aussieht. Mathematisch betrachtet handelt es sich dabei um eine nicht-lineare Funktion. Die Steigung der Funktion ist also nicht an allen Stellen gleich. Doch wie kann man nun eine Steigung an einer bestimmten Stelle x, das heißt bei einer bestimmten horizontalen Entfernung, bestimmen? Betrachten wir als erstes zwei Punkte der Funktion. Diese sind h Meter voneinander entfernt. Wenn man beide Punkte miteinander verbindet, so erhält man wiederum ein Steigungstreik. Den vertikalen Abstand der zwei Punkte, also die Höhendifferenz, bezeichnen wir mit v. Diesen erhält man, wenn man die zugehörige Höhe an der Stelle x plus h von der Höhe an der Stelle x abzieht, also f von x plus h minus f von x rechnet. Die Steigung k bezeichnet sich wiederum als Quotient von Höhen vertikaler Differenz v und Weite horizontaler Differenz h, also k ist v durch h. Dieser Wert gibt aber nur die durchschnittliche oder mittlere Steigung im betrachteten Intervall an und wird als mittlere Änderung und Differenzenquotient bezeichnet. Wir wollen keinen Durchschnittswert für die Steigung berechnen, sondern die momentane Steigung bzw. momentane Änderung an der Stelle x wissen. Damit wir uns diesem Wert annähern können, müssen wir den horizontalen Abstand zwischen den beiden Punkten, also h, verkleinern bzw. verschwindend klein machen. Wenn man in der Mathematik einen Wert verschwindend klein machen will, dann lässt man diesen Wert gegen 0 gehen. Das drückt man durch den Limes aus. Zu beachten ist aber, dass der Grenzwert den Wert 0 niemals erreicht. Wir wollen also den Grenzwert des folgenden Ausdrucks bestimmen. Indem wir den horizontalen Abstand h zwischen den beiden Punkten gegen 0 gehen lassen, nähern wir uns der Steigung an der Stelle x der Funktion an. Diese wird mit f' von x bezeichnet. Man spricht dann von der ersten Ableitung der Funktion f an der Stelle x. Wie sich diese Ableitung bestimmen lässt, wollen wir jetzt anhand einiger Beispiele nachvollziehen. Beispiel 1. In diesem Beispiel bildet f von r nach r ab, wobei x auf 1 abgebildet wird. Man schreibt hier f von x ist gleich 1. Sehen wir uns nun die Ableitung dieser Funktion an der Stelle 5 an. Beachte hier vor allem die zweite Zeile, Limes h gegen 0 von 1 minus 1 durch h, da x auf 1 abbildet. Für f' von 5 erhalten wir also die Lösung 0. Analog ergibt sich f' von 6 ist gleich 0, f' von 87 ist gleich 0, beziehungsweise für jedes x-element der reellen Zahlen f' von x ist gleich 0. Ein Blick auf den Graphen von f bestätigt unsere Rechnung. Die Steigung von f ist überall gleich 0. Beispiel 2. In diesem Beispiel bildet f von r nach r ab, wobei x auf x abgebildet wird. Man schreibt hier f von x ist x. Sehen wir uns nun auch die Ableitung dieser Funktion an der Stelle 5 an. f' an der Stelle 5 ist Limes f von 5 plus h minus f von 5 durch h für h gegen 0 ist Limes Limes h durch h für h gegen 0. Dann kommen wir am Schluss zum Ergebnis 1. Die erste Ableitung f' von 5 ist 1. Analog ergibt sich die erste Ableitung von 6 ist 1, f' von 87 ist 1, beziehungsweise für jedes x-element der reellen Zahlen gilt f' von x ist 1. Auch hier bestätigt ein Blick auf den Graphen unsere Rechnung. Beispiel 3. Hier bildet f von r nach r ab, wobei x auf x² abgebildet wird. Man schreibt hier f von x ist gleich x². Bestimmen wir auch hier wieder die Ableitung dieser Funktion an der Stelle 5. f' an der Stelle 5 ist gleich Limes f von 5 plus h minus f von 5 durch h für h gegen 0 ist gleich 5 plus h hoch 2 minus 5² durch h. Ergibt ausmultipliziert mit der binomischen Formel Limes von 25 plus 10 h plus h² minus 25 durch h für h gegen 0. Durch Zusammenfassen und Herausheben beziehungsweise Kürzen erhalten wir Limes von 10 plus h ist gleich 10 für h gegen 0. Der Graph der allgemeinen Funktion sieht hier so aus. Als nächstes bestimmen wir die Ableitung von f an einer beliebigen Stelle x-element der reellen Zahlen. Für den Spezialfall x gleich 5 erhalten wir das gleiche Ergebnis wie zuvor. Beispiel 4. Hier bildet f von r nach r ab und x wird auf minus den Betrag von x abgebildet. Man schreibt hier f von x ist minus der Betrag von x. Der Betrag von x wird definiert als minus x, falls x kleiner 0 ist, 0, falls x gleich 0 ist und x, falls x größer 0 definiert ist. Genaueres zum Betrag findest du im zweiten Video in der vierten Lektion. Der Graph der Funktion sieht dann so aus. Bestimmen wir auch hier wieder die Ableitung dieser Funktion an der Stelle 0. Wir erhalten also f' von 0 ist Limes minus Betrag von h durch h für h gegen 0. Aber was ist jetzt dieser Limes? Demnach müsste die Ableitung von f an der Stelle 0 gleich minus 1 sein. Aber es ist nirgends gesagt, dass h größer 0 gelten muss. h kann auch negativ sein. In diesem Fall gilt dann, minus der Betrag von h durch h ist minus minus h durch h ist h durch h ist 1. Demnach müsste die Ableitung von f an der Stelle 0 gleich plus 1 sein. Was ist jetzt richtig? Plus 1 oder minus 1? Oder etwas dazwischen? Vielleicht 0? Warum nicht pi durch 17? Anscheinend lässt sich diese Frage nicht sinnvoll beantworten. Wir wollen das Problem noch einmal an einem Beispiel veranschaulichen. Dazu schauen wir uns einen Schüler der Skikruppe genauer an, wie er auf Skiern durch die Landschaft rast. An dieser Stelle beträgt die Steigung 100% bzw. minus 100%, weil es bergab geht. Wenn wir die Landschaft wieder als Funktion interpretieren, entspricht das einer Ableitung von minus 1. An dieser Stelle beträgt die Steigung plus 100%. Das entspricht einer Ableitung von plus 1. Und was ist an dieser Stelle genau auf dem Gipfel? Wie groß ist die Steigung hier? Beträgt die Steigung hier plus 100% oder minus 100% oder der Mittelwert 0% oder irgendein anderer Wert zwischen plus 100% und minus 100%? Offensichtlich lässt sich auch diese Frage nicht sinnvoll beantworten. Übertragen auf Funktionen bedeutet das hier, es gibt Funktionen von r nach r, für die sich an gewissen Stellen nicht sinnvoll eine Ableitung definieren lässt. Das ist immer dann der Fall, wenn die Funktion einen Sprung macht. Mathematisch präziser, wenn sie unstetig ist. Wie man am oberen Beispiel sieht, kann dies aber auch passieren, wenn die Funktion stetig ist, also salopp gesagt, keine Sprünge macht. Es gibt sogar stetige Funktionen, die an keiner einzigen Stelle differenzierbar sind. Eine solche Funktion ist nicht einfach zu konstruieren und lange ging die mathematische Community davon aus, dass eine solche Funktion gar nicht existiert. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann bei Wikipedia nach der Weierstraß-Funktion suchen. Wir begnügen uns aber hier an dieser Stelle mit der wichtigen Erkenntnis, dass die Ableitung einer Funktion an einem Punkt nicht existieren muss und benötigen deshalb die folgende Definition. Eine Funktion f von r nach r heißt an der Stelle x aus r differenzierbar oder ableitbar, falls der Grenzwert Limes f von x plus h minus f von x durch h für h gegen 0 existiert. In diesem Fall bezeichnen wir den obigen Grenzwert mit der ersten Ableitung von f von x und nennen dies die Ableitung von f an der Stelle x. Ist f an jeder Stelle x Element der reellen Zahlen differenzierbar? So sagen wir einfach f ist differenzierbar. Als nächstes wollen wir einige wichtige Ableitungsregeln aufzählen, die bereits aus der Schule bekannt sein dürften. Regel 1. Linearität bezüglich skalarer Multiplikation bzw. Ableitung eines Vielfachen. Ist f von r nach r differenzierbar und a Element von r eine reelle Zahl, so gilt in Klammer a mal f' ist gleich a mal f'. Regel 2. Linearität bezüglich Addition bzw. Ableitung einer Summe. Sind f1 von r nach r und f2 von r nach r differenzierbare Funktionen, so gilt in Klammer f1 plus f2 in Klammer zu Strich gleich f1 Strich plus f2 Strich bzw. f1 minus f2 in Klammer Strich ist gleich f1 Strich minus f2 Strich. Regel 3. Die Kettenregel. Sind f von r nach r und g von r nach r differenzierbare Funktionen und ist die Funktion h von r nach r durch h von x gleich f von g von x gegeben, so gilt für alle x Elemente der reellen Zahlen h' von x ist gleich f' von den Klammer g von x mal g' von x Klammer zu. Regel 4. Die Produktregel. Sind u von r nach r und v von r nach r differenzierbare Funktionen, so gilt in Klammer u mal v Klammer zu Strich ist gleich u Strich mal v plus u mal v Strich. Regel 5. Die Quotientenregel. Sind u von r nach r und v von r nach r differenzierbare Funktionen mit v von x ungleich 0 für alle Regeln x, so gilt in Klammer u durch v Klammer zu Strich ist gleich u Strich mal v minus u mal v Strich durch v Quadrat. Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung dieser Regeln besteht darin, die entsprechenden Teilfunktionen u, v, f, g und so weiter zu erkennen. Deshalb betrachten wir als nächstes ein paar Beispiele. p von x ist gleich 3x Quadrat plus 7x minus 5. Wie lautet nun die Ableitung von p? Diese Frage lässt sich am besten beantworten, indem wir mehrmals Regel 1 und Regel 2 anwenden. Wir sehen hier die Ableitung von b von x. Die Ableitung von b von x ist 3x Quadrat plus 7x minus 5 Strich. Nun trennen wir 3x Quadrat plus 7x und minus 5 und wenden die Regel 2 an. Mit f1 von x ist 3x Quadrat plus 7x und f2 von x ist 5. Die Ableitung von 5 wird 0. Uns bleibt nur mehr der vordere Teil erhalten. Das heißt 3x Quadrat plus 7x Strich. Nun wenden wir wieder Regel 2 an. Mit f1 von x ist 3x Quadrat und f2 von x ist 7x. Nachdem wir diese beiden Teile getrennt haben, also 3x Quadrat Strich und 7x Strich, wenden wir Regel 1 an. Mit A gleich 3 und f von x ist x Quadrat und ebenfalls die Regel 1 mit A gleich 7 und f von x ist x für den zweiten Teil. Umgeschrieben bedeutet dies nun 3 mal x Quadrat Strich plus 7 mal x Strich. Nun leiten wir zweimal die Monome ab. Das heißt x Quadrat wird zu 2x und x wird zu 1. Dies ergibt 3 mal 2x plus 7 mal 1 ist gleich 6 mal x plus 7. Analog dazu ergibt sich beispielsweise p von x ist gleich 2x hoch 3 plus x x Quadrat minus 3x plus 1 und die erste Ableitung von p von x ist gleich 6x Quadrat plus 2x minus 3. Beim Ableiten ist es nicht immer ganz klar, welche der Ableitungsregeln angewandt werden soll. Oft gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für welche man sich dann entscheidet ist egal, alle führen zum gleichen Ergebnis. Auch hierzu betrachten wir ein kleines Beispiel. Bestimme die Ableitung der Funktion. h von x ist x minus 3 zum Quadrat. Möglichkeit 1. Wir benutzen als erstes die zwei binomischen Formeln zum Ausmultiplizieren. Dabei wird h von x ist gleich in Klammer x minus 3 zum Quadrat zu x Quadrat minus 6x plus 9. Dieses Polynom leiten wir wie vorhin ab. Dieses Polynom leiten wir wie vorhin ab. h' wird zu 2x minus 6. Das heißt, x Quadrat wird zu 2x. Minus 6x wird zu minus 6 und plus 9 wird zu 0. Möglichkeit 2. Wir definieren die Funktionen u von x ist gleich x minus 3 und v von x ist gleich ebenfalls x minus 3. u' von x ist dabei gleich 1 und v' von x ist ebenfalls 1. Wozu aber das Ganze dann? Nun, wir können die Funktion h auch schreiben als h von x ist gleich in Klammer x minus 3 zum Quadrat ist gleich x minus 3 mal x minus 3 ist gleich u von x mal v von x. Mit der Produktregel folgt nun h' von x ist gleich 1 mal in Klammer x minus 3 plus in Klammer x minus 3 mal 1 ist gleich x minus 3 plus x minus 3 ist gleich 2x minus 6. Möglichkeit 3. Hier definieren wir f von x ist gleich x Quadrat und g von x ist gleich x minus 3. Daraus folgt f' von x ist gleich 2x und g' von x ist gleich 1. Außerdem gilt, h von x ist gleich in Klammer x minus 3 zum Quadrat ist gleich in Klammer g von x zum Quadrat ist gleich f von g von x. Mit der Kettenregel folgt nun h' von x ist gleich f' von g von x mal g' von x ist gleich f' von g von x mal 1, da g' von x gleich 1 ist, ist gleich f' von g von x ist gleich 2 mal g von x ist gleich 2 mal in Klammer x minus 3 ist gleich 2x minus 6.